Aktien richten sich nicht nach den Meinungen der Besitzer. Was heißt das? Es ist völlig egal, was ich zu meinen Aktien denke. Es ist auch egal, was du über deine eigenen Aktien denkst. Es ist viel wichtiger zu beobachten, was das große Smart Money mit den Aktien macht. Und das Interessante ist, dass große Investoren wie beispielsweise Warren Buffett, der norwegische Nationalfonds und auch andere, monatlich oder zumindest quartalsweise darüber berichten müssen, in welche Aktien sie jetzt bereits einsteigen oder auch wieder aussteigen. Und ich kann dir diese Art des Research ganz klar ans Herzen legen. Ich lade dich dazu ein, diejenigen zu beobachten, die ausschließlich die Märkte kontrollieren und beeinflussen. Denn stell dir mal vor, all meine YouTube-Zuschauer beispielsweise würden jetzt auf Knopfdruck Apple-Aktien verkaufen. Was würde das mit dem Kurs machen? Es würde kurz Puff machen und das Ganze würde C'est la vie wieder verschwinden. Es ist einfach zu wenig Kapital, ganz anders ist es. Aber wenn Berkshire Hathaway, wenn Warren Buffett anfängt, Apple-Aktien zu verkaufen, dann kannst du das im Kurs sehen. Denn dieser Mann kann nicht, wie du oder ich, einzelne Aktien einfach so verkaufen oder kaufen, sondern er muss das über teilweise Wochen oder Monate hinweg tun, immer wieder am Markt Punkte finden und kaufen oder verkaufen. Deswegen lege ich dir ans Herz, immer wieder das Portfolio von Warren Buffett oder auch anderen großen Investmentlegenden zu checken. Was machen diese Leute? Und vielleicht auch zu prüfen, hat er gerade eine Aktie verkauft, die ich vielleicht selbst besitze? Und da habe ich eine erschreckende Wahrheit und ich nehme dich dazu mit auf den Bildschirm ganz kurz. Denn hier unten, das ist das Portfolio von Warren Buffett, ich gehe mal da ein bisschen näher ran, siehst du, dass Pfizer, das Unternehmen Pfizer, komplett zu 100% aus dem Portfolio herausgeschmissen wurde. Was macht Pfizer? Pfizer ist natürlich bekannter geworden durch die blauen Pillen, auch genannt Viagra. Aber noch bekannter, glaube ich, ist es jetzt durch Covid-19 geworden. Denn zusammen mit BioNTech hat es ja das erste Impfschutzmittel erfunden oder auf den Markt gebracht und jetzt auch in großen Mengen vertrieben. Und jetzt könnte man oder viele, kann ich mir zumindest vorstellen, denken jetzt, wow, BioNTech, die Nachfrage ist hoch. Jeder will jetzt diese Impfung haben. Jeder möchte sich schützen und so weiter. Ich kaufe mir jetzt nicht Pfizer-Aktien, weil die gehen jetzt dann durch die Decke. Fakt ist aber, dass diese Party, dass diese Show schon lang vorbei ist. Und ich meine das bitte auch nicht despektierlich oder arrogant oder sowas. Wenn du oder ich wissen, dass jetzt quasi Pfizer vorangeht, dann wissen das die Profis schon viel, viel länger. Und das ist der Grund, warum wir bei uns in der Investorenausbildung auch Instrumente nutzen, um ganz klar entscheiden zu können, wann man an eine Aktie einsteigen soll und wann man auch wieder aussteigen soll. Beispielsweise habe ich dir hier jetzt den Chart von Pfizer mal mitgebracht. Und was wir hier messen können oder auch viel mehr sehen können ist, dass ein Verkaufssignal am 11. Dezember 2020 bei Pfizer ausgelöst wurde zu einem Kurs von 41 Dollar, welches dann auch abgearbeitet wurde. Ich mache das Ganze für euch in Rot. Zuletzt allerdings, und das ist eben das Bemerkenswerte, konnte wieder ein Kaufsignal zu einem Kurs von etwa 34 Dollar und 64 Cent ausgelöst werden. Das jetzt aber auch bereits abgearbeitet wurde, das bedeutet von 34 auf 37 ging der Kurs einmal nach oben, das waren gut 10 Prozent. Und jetzt ist eben diese Bewegung nach oben mehr oder weniger abgearbeitet. Jetzt hier noch einzusteigen wäre entgegen dem, was die Großen machen. Und du hast es gerade gesehen, ich gehe da nochmal ganz kurz drauf. Warren Buffett hat jetzt seine Anteile verkauft. Und das auch vielleicht in weiser Voraussicht, denn die Earnings kommen. Und das ist das, was bitte du dir auch mitnehmen sollst aus diesem Video. Aktien steigen nicht, weil gute Ergebnisse bekannt gemacht werden, sondern vielmehr ist immer der Ausblick das Wichtige. Aktien handeln im Wesentlichen die Zukunft. Und was soll Pfizer heute bringen? Was soll Pfizer heute aus dem Ärmel heraus zaubern, damit die Aktie sich nochmal verdoppelt, verdreifacht oder wie auch immer? Das ist, glaube ich, aus meiner Sicht ist das sehr, sehr schwierig. Deswegen, da ist sehr viel eingepreist bei Pfizer. Ähnlich, und da nehme ich dich nochmal mit auf den Bildschirm, wird es wohl bei dem Unternehmen JP Morgan sein. Was ist bei JP Morgan? Das ist eine der größten Investmentbanken der Welt. Und normalerweise könnte man sagen, Banken im Allgemeinen werden von einer möglichen Zinssteigerung profitieren. Die Renditen an den 10-jährigen US-Staatsanleihenmarkt sind zuletzt gestiegen, aber sie stagnieren aktuell wieder. Und die Frage ist, ob die FED sich an ihre Aussagen hält. Nämlich, dass das Zinsenniveau gleich bleibt und dass Zinsen auf eine längere Zeit, nämlich ins Jahr 2022, 2023, nicht mehr steigen werden. Viele spekulieren da drauf und Warren Buffett hat jetzt auch verkauft. Warum er JP Morgan verkauft hat, er muss die Gründe nicht nennen, er hat sie auch nicht genannt. Aber vielleicht geht auch er weiterhin davon aus, dass Zinsen nicht steigen werden. Das untermauert im Übrigen auch die folgende Aussage. Er hat nämlich auch bei Wells Fargo weiter reduziert. Er hat weiter Aktien verkauft und auch bei US Bank Corporation hat er verkauft. Hingegen, und das ist das, was hier bemerkenswert ist, konnte auf der Käuferseite keine Bank gesehen werden. Also er hat jetzt zuletzt im Quartal keine US-Banken oder Banken im Allgemeinen gekauft. Das bedeutet also, womöglich geht er davon aus, dass die Zinsen weiterhin konstant bleiben, was eher entgegen den Bankaktien spricht. Weil je höher die Zinsen sind, desto höher auch die Einnahmen auf der Bankenseite. Was aber bemerkenswert ist, und das ist das, was ich hier oben dir zeigen möchte, ist, dass er zwei Big Player gekauft haben. Das ist nämlich zum einen das Unternehmen Chevron und Verizon. Und zu Chevron möchte ich dir ganz kurz zeigen, das war womöglich ein schon sehr, sehr schlauer Schachzug. Wir haben hier im Wesentlichen ein Kaufsignal gehabt ab dem 29. Oktober, welches bis in den März hinein abgearbeitet wurde. Jetzt zuletzt hatten wir ein Verkaufssignal. Die Ölnotierungen gaben nach, aber der Einstieg hat sich gelohnt. Zu 70 Dollar ging die Reise hoch auf 108. Das sind fast 50 Prozent in kurzer Zeit. Das Unternehmen, und da möchte ich ganz kurz mal in die Historie gehen, hat eine Marktkapitalisierung von knapp 200 Milliarden US-Dollar und zahlt enorme Dividenden. Eine Dividendenrendite von aktuell 5 Prozent ist hier zu holen. Und wenn man hier mal ganz kurz schaut, man konnte nämlich im August 2010 eine Dividende von 72 Cent bekommen. Heute sind es bereits 1,29 Dollar. Auch das entspricht einer Steigerung deiner quartalsweisen Einnahmen von 50 Prozent in 11 Jahren. Das ist bemerkenswert, denn Chevron hat hier nichts Neues erfunden. Chevron tut einfach nur das, was sie bisher auch getan haben, nämlich Öl fördern, raffinieren und verkaufen. Und genauso ist es auch bei einem weiteren Unternehmen, nämlich bei dem Unternehmen Verizon. Verizon ist ein Internet, also kein Internetgegang, sondern ein Telekommunikationsgigant, ich würde schon fast sagen der ersten Stunde. Auch eine riesengroße Marktkapitalisierung von 238 Milliarden US-Dollar. Und auch dieses Unternehmen zahlt hohe Dividenden aus. Schaut mal, da kommen jedes Quartal, also vor 10 Jahren waren das noch 49 Dollar Cent. Heute sind es bereits 63 Dollar Cent. Lass dich von diesen kleinen Zahlen nicht irritieren. Das kommt alle drei Monate auf dein Konto. Und natürlich abhängig, wie viele Aktien du hast, desto mehr bekommst du auf dein Konto. Das ist auch eine Wertsteigerung von 50 Prozent. Also, liebe Leute, was bleibt hängen bei diesem Video? Bitte versucht am Geld- und Kapitalmarkt euer eigenes Ego ein Stück weit hinter euch zu lassen. Und versucht euch vielmehr bei denen abzuschauen, die das Ganze professionell tun. Das Tolle ist, sie müssen veröffentlichen. Wir haben hier die Möglichkeiten, diese Daten auch auszulesen. Und zwar automatisiert für jede Aktie der Welt. Und das zu jeder Tages- und Nachtzeit. Wenn du genau wissen möchtest, wie das funktioniert, wie du herausfinden kannst, wann Aktien tendenziell steigen, wann sie aber auch wieder fallen, dann bewerb dich für ein kostenloses Strategiegespräch. Den Link dazu findest du unterhalb des Videos. Ich wünsche dir auf jeden Fall extrem viel Spaß und Erfolg bei deinen Investments. Bis zum nächsten Video. Ciao.